Ja, also ich bin Harald Welser und befinde mich jetzt in der merkwürdigen Situation, Glückwünsche auszusprechen, während ich mit mir selber skype. Aber es hindert mich nicht daran, der Bundeszentrale zu dem 60. Geburtstag erstens alles Gute zu wünschen, zweitens eine Fortsetzung der wirklich für die deutsche Gesellschaft unverzichtbaren Arbeit, die die Bundeszentrale leistet in den Kommunikationen von politischen Themen, historischen Themen und in der Art und Weise, wie sie das macht, weil ich glaube, es ist eine der ganz wenigen Institutionen, die trotz dieses gehobenen Alters von 60 Jahren innerhalb eines Menschenreinfeldes doch immer am kurz der Zeit genug ist und wünschen der Bundeszentrale, dass sie genau das, die das Beruf dort weiter leisten können wird und diese Gratulation und jetzt höre ich auf, mit mir selbst zu bitten. Danke.